Unterdienst heißt ja Gottes Haus der Ermutigungsdienst. Ich möchte dir etwas erzählen, wie es dazu kam, dass wir das als Ermutigungsdienst gegründet haben. Wir hatten ein geistliches Bild und das war folgendermaßen. Ein riesiges Schlachtbild. Riesig. Und da lagen Waffen herum und es war ganz sonderbar. Überall auf diesem Schlachtfeld, so weit das Auge reichte, waren solche kleinen Häufchen. Und wir sind hingegangen und haben uns das angeschaut und dann stellten wir fest, das ist ein zusammengekauerter Mensch. Ein Christ, ein Kind Gottes, was dort zusammengekauert auf dem Boden hockt. Es hat seine Waffen um sich gestreckt und es hockt da, besiegt. Es ist nicht tot, es ist vielleicht noch nicht mal schlimm verletzt, aber es hockt da einfach. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes niedergeschlagen. 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 Und unser Dienst ist, solchen niedergeschlagenen Geschwistern zu sagen, komm, stell dich wieder hin. Blick auf den Herrn, komm wieder in Position, nimm deine Waffen wieder. Das, was dich niedergeschlagen hat, hat dich nicht vernichtet. Du kannst weitergehen. Du kannst weiterkämpfen. Du kannst dich vom Herrn erfrischen lassen und weitergehen in dem Lauf, den er dir verordnet hat. Bleib nicht hier hocken. Das meinen wir mit Ermutigungsdienst. Das ist kein Dienst von Trost und kein Dienst von Seelsorge. Das ist nicht unsere Berufung, sondern ein Dienst von Mut zu sprechen. Ein Dienst von Hinschauen auf Jesus und aktiv weitergehen in dem Kampf, der dir verordnet ist. Wenn du so ein Häuflein bist, was auf dem Boden hockt und die Waffen gestreckt hat, dann lass dich aufrichten mit der Hilfe des Herrn. Nimm deine Waffen. Zieh deine Schuhe an die Füße und geh weiter in dem Kampf, den der Herr für dich verordnet hat. Das ist eigentlich nur in deinem Denken, dass du besiegt bist. Du bist eigentlich stark genug, um weiterzugehen und zu kämpfen. Der Herr wird mit dir gehen. Er ist an deiner Seite. Ich spreche dir Mut zu. Mut. Du kannst deinen Herausforderungen gegenübertreten. Du kannst die Schwierigkeiten meistern. Du kannst die Dinge, die in deinem Leben so unüberwindlich scheinen, kannst du genauso besiegen, wie David seinen Goliath besiegt hat. Und weißt du, David hat Goliath mit dem Stein und der Schleuder umgelegt. Aber dann ist er hingegangen und hat ihm den Kopf abgeschlagen. Warum? Damit er wirklich erledigt war. Du kannst den Feind in deinem Leben vielleicht mit der Schleuder umlegen, aber du musst auch wirklich ihn dauerhaft erledigen, dass er nicht wieder aufsteht und wieder hinter dir her ist und dich wieder bedrängt. Erledige den Feind deines Lebens dauerhaft und geh vorwärts im Sieg des Herrn. Lass dich ermutigen, wieder aufzustehen und weiterzugehen in dem, was der Herr für dich hat. Ergreif deine Waffen. Bleib nicht hocken. Bleib nicht in einer Position, wo du besiegt bist und niedergeschlagen bist. Der Herr will dich aufrichten. Er will mit dir durch dein Leben gehen und durch die Schwierigkeiten deines Lebens hindurch gehen. In dem Sinne, in dem Sinne glaube ich wirklich, Gott hat mehr für dich.